noch kann ich beides recht gut steigern was ist ein verfluchter überfall lasst uns lieber krieg führen ist wachsen also so das heißt jetzt schalten wir erstmal die drachen aus schnell mir nach mir nach wenn man sieht sie wollen aus wohin das gebäude ist einsatzbereit na los bereit und los für die rune die meines ernst auf mein für die freiheit auf mein kommand los auf mein befehl sofort für die freiheit die meines ernst auf mein befehl zurückweißen in deckung krieg auch ne sonne und ne mond mit ne hankers axt hier für die rune ja sofort ok das war leider fehl schuss was haben wir verloren ein kämpfer ist was ich bin müde oh haben wir hier einen naja wir haben eine arbeite verloren ja was war selbst das war ist das war das war Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, Sonnenmünzen haben wir noch relativ wenige. Ich weiß gar nicht mal wie viele wir davon noch brauchen werden. Da kommt der nächste Angriff von der Mondseite. Nicht zurückweichen! Ein Gegenangriff! Entdeckung! Für den Klam! Unsere Stadt wird angegriffen! Die meinen es ernst! Vorwärts! Vorwärts! Bin schon auf halbem Weg! Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Bin schon auf halbem Weg! Okay! Lauft! Jawohl! Bereit! Folgt mir! Mir nach! Nicht zurückweichen! Unsere Stadt wird angegriffen! Oh! Eine Bruntmütze von einem Imperialen! Auch gut! Auf mein Zeichen! Bereit! Ja! Bin schon auf halbem Weg! Bin schon auf halbem Weg! Hier haben wir eine große Dame für die Sternenstadt! Und wir haben eine kleine Liedschaft! Wir haben beim Klamotten mit dem Klamotten-Klamotten mit dem Klamotten-Klamotten und mit dem Klamotten!" Das ist ein verfluchter Überfall. Was wollt ihr? Oh. Ja, töte von mir aus den Jäger. Wohin? Gut. Arbeit. Immer nur Arbeit. Was jetzt? Dort denn also? Was wollt ihr sonst? Hm. Das heißt wir bauen uns hier noch mehr Türme auf und locken so viele von ihnen wie es erstmal nur geht in die Türme rein. Krieg! Wo sind die Gegner? Was liegt an? Und kämpfen halt zu unseren Bedingungen. Nicht zu ihren. Auch aus dem Bedingungen. ッ 5 5 6 11 9 naja die brauche ich da und wobei die kann ich das gebäude ist lasst uns lieber krieg führen beim angriff auf die sternen stadt zu unterstützen auf jeden fall müssen wir uns jetzt keine sorgen machen dass die drachen und so irgendwann mal traktieren ein gegenangriff und und Was ist das Lava? Wohin? Ich glaube nach dem nächsten Angriff können wir dann mal uns der Sternstadt annehmen. Ich glaube nach dem Sternstadt ein wenig. Ich glaube nach dem Sternstadt annehmen. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Das Gebäude ist einsatzbereit. Was wollt ihr? Lasst uns lieber Krieg führen. Vielleicht hier unten noch irgendwo einen hinbauen. Ich habe noch einen. Dann können wir die Runen hier verwenden. So, ich errichte noch den Feuerwerfer hier und dann wird er erstmal Cut gemacht. Oh, guck mal, da kommt er. Du kriegst ja. Unsere Stadt wird angegriffen. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ein Gegenangriff. Was wollt ihr? Wo sonst? So. Das geht nicht hinfresser. So gut, wir speichern jetzt hier. So, let's play. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.